Die Bahnstrecke von Zermatt nach St. Moritz zählt zu den schönsten Eisenbahntrassen der Welt. In hochmodernen Panoramazügen gelangt man mit dem Glacier Express zu den eindrucksvollsten Plätzen der Alpen. Hochalpine Streckenabschnitte gehen in sattgrüne Hochebenen über, diese wieder in mildromantische Täler, die Kinderstuben der berühmten europäischen Ströme Rhein und Rhone, ehe es wieder hoch hinauf ins Gebirge geht. Jeder Streckenteil hat seinen eigenen Charme, übt seine eigene Faszination auf die Reisenden aus und hat sein eigenes weltberühmtes Highlight zu bieten. In einer entspannten Atmosphäre sorgt das Zugdienst des Glacier Express für das Wohl der Gäste. Eine ganz besondere Bereicherung ist das Mittagessen, das frisch im Zug gekocht und direkt zum eigenen Sitzplatz serviert wird. Und den Digestief sollte man schon allein des Einschenkens wegen verkosten. Wenn man dann nach rund sieben kurzweiligen Stunden St. Moritz erreicht, weiß man ganz sicher, dass diese Zugfahrt unvergesslich bleiben wird. Musik Musik Musik